Jedes Unternehmen will hervorragende Personalisierung bieten, sei es als Bank, Telekommunikationsanbieter oder Einzelhändler, ob bis 2010, 2012, 2015, 2018, 2020, 2022 oder eben 2025 ist. Es ändert sich jedoch nur das Jahr, bis zu dem dies erreicht werden soll. Das Kundenerlebnis wird nicht besser. Hinter den Kulissen nimmt die Komplexität immer weiter zu und neue Einzellösungen für verschiedene Spezialbereiche verschlingen Unsummen. Es muss eine andere Möglichkeit geben, die Herausforderung der 1 zu 1 Personalisierung zu lösen. Seien wir ehrlich. Die meisten Kundenerlebnisse sind nicht hervorragend. Sie sind nicht einmal gut. Woran liegt das? Kunden nutzen verschiedene Kanäle für die Interaktion. E-Mails, SMS, Push-Nachrichten, Mobile Apps, Search, Social Media, Displays, Web, Mobile, Zweigstellen, Points of Sale, Bankautomaten, Callcenter und mehr. Wenn Sie als Unternehmen über diese Kanäle mit Kunden kommunizieren, ist das Erlebnis sehr kanalorientiert. Ein kanalorientiertes Erlebnis ist vielleicht nicht schlecht. Da es jedoch von anderen Kanälen abgekoppelt ist, ist es insgesamt schlecht. Skalierbare Personalisierung bedeutet konsistente, kontextbezogene Personalisierung in Echtzeit über alle Kanäle hinweg. Die meisten Unternehmen sind dazu heute nicht in der Lage. Die Folge sind unzufriedene Kunden, frustrierende Erlebnisse. Das Ökosystem der Programme, die Sie und Ihr Unternehmen verwenden, ist äußerst komplex und hat sich über die Zeit in Silos entwickelt. Jedes Programm hat eine eigene Datenbank, einen eigenen Profilspeicher, eine eigene Definition von Segmenten, Angeboten und der Customer Journey. Tatsächlich haben Sie also keinen vollständigen Überblick über Ihre Kundschaft, sondern 10, 15 oder mehr isolierte Ansichten. Eine Sicht pro Programm und die zugehörigen Daten sind unterschiedlich und werden nicht gemeinsam genutzt. Die meisten Unternehmen verwenden Segmente in mehreren Lösungen. Doch auch hier ist der Austausch suboptimal und führt zu einem schwierigen Prozess mit Latenzen. Das Kundenerlebnis kann also nie gut genug sein. Angebote und Customer Journeys werden in Einzellösungen definiert und sind ebenfalls in jedem Programm anders. Wie kann man in diesem Kontext von Personalisierung sprechen? Das Design und die Bereitstellung von 1 zu 1 Omnichannel Erlebnissen in Echtzeit konsistent und kontextspezifisch ist unmöglich. Viele Unternehmen hoffen auf immer neue Akronyme und Tools, um das Problem endlich zu lösen. Dass das Problem von selbst verschwindet oder auch nicht. Eins der neuen Akronyme ist CDP, Customer Data Platform. Bei der Auswahl und Implementierung einer CDP haben Sie zwei Optionen. Entweder Sie machen weiter wie bisher und erhalten dasselbe unvollständige Resultat oder Sie setzen auf eine neue Vorgehensweise. Bei der ersten Option kaufen Sie eine CDP als Einzellösung und implementieren sie in Ihrem Ökosystem. Wie bisher führen Sie ein neues Programm mit neuem Datenspeicher, einem Profilspeicher und einer neuen Segmentierungs- und Angebotsumgebung und einer neuen Customer Journey Umgebung ein. Anschließend versuchen Sie möglichst viele andere Datenquellen daran anzubinden und eine neue zentrale Sicht auf Ihre Kundschaft zu schaffen, bei der sich in Wahrheit um den 15. Überblick über Ihre Kundschaft handelt. Dann fangen Sie an, wie in den guten alten Zeiten, Segmente auszutauschen. Segmente mit Tausenden oder Millionen Kunden. Auch das würde ich nicht als 1 zu 1 Personalisierung bezeichnen. Bei dieser Vorgehensweise bleibt alles beim Alten. Und schon meine Mutter sagte immer, wenn du immer wieder dasselbe tust, erhältst du auch immer wieder dasselbe Ergebnis. Wenn Sie mich fragen, bekommen Sie mit einer solchen CDP-Implementierung kein 1 zu 1 Erlebnis. Heute nicht und auch nicht in 2025. Die zweite Möglichkeit ist, die CDP auf Plattform-Ebene zu positionieren. In diesem Fall eine wirkliche Plattform, auf der alle anderen Programme aufsetzen und die darüber liegende Komplexität beseitigt. Eine wirkliche Plattform sollte alles darüber nutzen und ersetzen. Sie sollte isolierte Datenquellen wirklich beseitigen und die 10 oder 15 Übersichten über Ihre Kundschaft in einer konsolidieren. Und sie sollte Ihnen eine Umgebung bieten, in der jedes Segment, jedes Angebot und jede Customer Journey genau einmal definiert wird. Diese Umgebung ist Adobe Experience Plattform. Eine echte Plattform. Verschiedene Programmservices ruhen auf dieser Plattform und ermöglichen CDP-ähnliche Use Cases, bieten aber auch die Möglichkeit, 1 zu 1 Journeys zu definieren, Omnichannel-Customer-Journeys zu analysieren und Kanäle wie Call Center, Points of Sale, Zweigstellen und so weiter dann mit Informationen zu besorgen, wenn Sie diese benötigen. Aber ein Tool ist nur ein Tool. Selbst die beste Plattform am Markt ist nur ein Tool. Wenn Sie Ihr Tool als Wundermittel betrachten und keine wirklichen Veränderungen an Mitarbeitenden in Prozessen vornehmen, werden Sie das gewünschte Ziel außerordentliche Kundenerlebnisse nicht erreichen. Ihre Teams sind relativ isoliert. Selbst wenn Sie bereits eine agile Denkweise in bereichsübergreifenden Teams erreicht haben, bleibt noch viel Verbesserungspotenzial. Ihre Teams müssen aus Ihren Silos herausgeholt werden und auf die Plattform-Ebene kommen, wo Sie gemeinsam am ganzheitlichen Kundenerlebnis Ihres Unternehmens arbeiten müssen. Die isolierten Teams sollten ihre Erfahrungen nutzen und mit dem Know-how Ihre Kollegen zusammenführen, um das Kundenerlebnis einmal zentral zu definieren. Daraufhin werden Customer Journeys, Angebote und Segmente auf Basis des zugrunde liegenden Profils und des Datenspeichers der Plattform definiert und erstellt. Sobald das geschehen ist, ist der Weg zu erfolgreichen Kundenerlebnissen geebnet. 1 zu 1 Erlebnisse, die konsistent, kontextspezifisch und in Echtzeit auf allen Kanälen bereitgestellt werden. Online und offline, genau wie es sein sollte. Damit wären Sie noch im Jahr 2022 die persönlichste Bank bzw. der persönlichste Telekommunikationsanbieter oder Einzelhändler.